Die Ersatzforschung Und diese Ersatzforschung vollziehen wir dann, wenn eine Person eine Krankheit hat, sodass kein Wasser an die entsprechenden Körperteilen gelangen darf, die gewaschen werden müssen. Oder wenn eine Person kein Wasser vorfindet und wenn das Benutzen des Wassers den Heilungsprozess verzögert, so ist es hier erlaubt, den Tayamum zu vollziehen. Dieser wird wie folgt vollzogen. Ihr müsst euch vorstellen, dass dieser Gegenstand, den ich gerade in der Hand halte, dass das Erde ist. Hauptsächlich sollte es reine Erde sein. Wir demonstrieren, wie ist die Ersatzforschung. Das ist deswegen eine Ersatzforschung, weil das Ganze ohne Wasser vollzogen wird. Wir fangen an, indem wir die Besmala sagen, dann schlagen wir auf die reine Erde, heben die Hände, pusten herein, dann streichen wir über das komplette Gesicht und die Hände. Und somit haben wir den Tayamum vollzogen. Noch einmal, dieses gilt, wenn man krank ist und kein Wasser an die Haut gelangen darf und wenn man damit auch den Heilungsprozess verzögern würde, was auch natürlich mit einer Gefahr verbunden ist. Und wenn man komplett kein Wasser findet und auch in nächster absehbarer Zeit kein Wasser finden kann, selbst wenn es für die nächsten zehn Jahre wäre, dass man kein Wasser hat, so ist es möglich, diesen Tayamum, diese Ersatzforschung zu machen, auch selbst wenn jemand im Janaba-Zustand ist, das heißt im Zustand nach dem Geschlechtsverkehr oder nach dem feuchten Traum oder eine Frau im Menstruationszustand und dieser aufgehoben wurde, sie aber kein Wasser findet, so können wir diesen Tayamum, diese Ersatzforschung vollziehen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.